Musik 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 Feuerbefehl! Befehle! Vom Pelzö! Man taunze! Feuer! Feuerbefehl! 3, 1, 2, 4! Feuer! Feuer! Befehle! Töne! Feuer! Es ist das Ende, Jungs. Ah, schön, um euch zu dienen! Du hast wirklich heiliges Glück tatsen. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind Wende, Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt hat, wenn wir Sprüche satt wegnehmen müssen? Aye aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Das war's. Das ist Nebel, ich seh' keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Und das letzte Mal ja, ihr wisst schon. Das Spiel noch installieren musste. Lass mich hier doch mal. Ach du Wichser. Hier ist ein kaputter Tank. Der Feind ist da! Lass ihn nicht hinnehmen! Halt die Deckung auf seiner Seite! Hull dir diesen Mist her! Schieß weiter! Langsam vor, Rücken! Halt das, gib' ich vor dir, aber! Schüss zu seiner Situation vor! Ich geb' dir eine Decke! Habe ich eine Granate? Nein. Erstmal zurück und Leben aufladen. Das geht ja gar nicht. Die Lцевendung muss man sich esse. Die Lцевendung muss man sich um ihn zu sehen. Der kommt bei mir nach Hause. Es ist eine lange Zeit, die wir drüben haben. Die Lцевendung ist ein Lцевendung. all hier irgend ein von denen der mal schöne waffen hat oder so was ist los mit dir siehst du nicht dass sie auf den panzer feuer das sind dieselben deutschen die du erledigen sollst wer es muss gepflegt werden na komm Gute Arbeit. Zurück, ich breche durch den Draht. Hm, 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 hm. Kann ich sehen. Edwards, ihr fahr raus und führ uns durch. Aber wir gehen nicht zu weit nach vorn. F. 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Hey, du Wichser. Und das? Ich hab noch 8 Schuss, was soll denn der Mist? Ey. Ich weiß nicht ob das Buggy ist, aber es ist Buggy. Ich weiß nicht ob das Buggy. Äh? Hä, das muss doch. Oh, hier gibt's Waffen. Ohohoho. Ohohoho. Wow, hab ich wohl nicht. Was gibt's hier? Ah, komm schon Junge, reiß dich zusammen. Du musst uns hier durchbringen. Sieh dich vor, darum kümmert wir uns. Puh. Geilo. Ohohoho. Sowas find ich geil. Hatten wir grad eben auch schon. Komm. komm mal da durch bewegt mich schon alter du musst auf uns aufpassen wer hat diesmal einiges abgekriegt wir hätten sie fast verloren ach das ist jetzt gelogen oh ich hab ne herausforderung ja ich muss mich einmal durchlassen ui oh das gefällt mir ja 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 was soll man hier Hatte ich das nicht gerade? Ja Oh Geil Geilo Hm, habe ich doch schon Du, du, du BAM! Schaufel ins Gesicht! Was gibt es hier? Hier auch was schönes drinnen! Oh! Hui! BAM! Kleiner Hurensuch! Oh, Entschuldigung, ich habe es schon wieder gesagt. Das ist klar, wenn du da weg gehst, ist automatisch das auch weg. Oh, hier ist ja noch eine Kiste! Ich weiß, ich mag Kisten. Nur weil ich das Beste für unser Land bin und straflich der Hauptmann ständig. Was ist daran weiter? Was ist das ein Scharfschützengewehr? Hm, fast leer ist ja scheiße! Ja, das gefällt mir schon besser. Ist hier irgendwas besonderes? Was ist das? Was ist das? Das Problem ist, der guckt halt genau in meine Richtung. So. Hast du was gesehen? Hörst du, Arthur! Konzentrier dich auf seinen Kosten! Hörst du, Arthur! Was? Jetzt läufst du, Arthur! Hörst du, Arthur! Das ist ja ne Scheißwamme! Hilfe Was ist der MP? Geilo Guck mal, der ist weggeflogen Guck mal, der ist weggeflogen BAM Was? War ja nicht Muni irgendwo Ja, hier Gut So, ich repariere dich erstmal Das ist nämlich wichtiger Ja Lass schnell danach Ich brauche jetzt erstmal Den hier So, in der Zeit kann ich ja einen Schluck trinken Vielleicht Wieso muss ich eigentlich Wenn ich eigentlich immer der Depp, der hier durchlaufen muss Kann man das nicht mal erklären? Ne, gut Sag mal, ich musste jetzt hier hoch, oder? Habe ich so verstanden? Ich glaube, ich muss jetzt hier hoch, oder? Ja, ich muss jetzt hier hoch, oder? Ich muss jetzt hier hoch, oder? Ich muss jetzt hier hoch, oder? Ach so Ich weiß nicht, ob das gewollt Buggy ist. Aber Bromoni, 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 Bromoni Och göttlich C4 Das war nicht geplant Nein Oh 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 man Kriegt ihr denn überhaupt was hin? Nein 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 Jetzt den schon! BAM! Ja, ich steig schon ein. Alles klar, jetzt kommt ihr gleich wieder Installation und ich fertig. Oder? Yo, da würde ich sagen, bis in den nächsten Spot, haut rein, tschau!